die blusen eigentlich geil kopfhörer klasse na ich geile tuch blopfhörer blopfhörer die gneige eigentlich genug tuch knopfhörer das komplett und das system was gut für dich will ich nicht lustig sein also jetzt will ich auch mal ab ich werde ich einen pull schubsen und eure köpfe runterdrücken ich hab gehört brantley ohne sein ich dachte wir wollten kaiser spielen die haben wir jetzt doch bluset genommen ja aber geht ja nicht die picken ja kaiser kaiser spiel ich halt keine ahnung das ist ja das ist ja schon hartmann mit den folgen dingen und ich bin kathos besser wird zwei jungler spielen und zweimal gold fadeln maxim nicht einfach kathos nun kann kathos nur noch spielen wenn du willst das ist doch schon mit einer war das schon ich habe es gestern oder vorgestern gespielt aber gegen das ist ja nicht tot aber das ist ja nicht tot aber ich glaube ich dem kannst du keinen nie spielen ich kann nicht die vertrag an sondern einfach weil ich kann so gerne taryg spielen das spiel ja meine liebe ich habe jetzt wahrscheinlich nicht für die rohre gesagt ja ich wollte gerade noch mal eine zweite chance geben jetzt erinnern uns doch nicht daran der zweite schock was warum siehst du hier keinen kathos nunu kevin warum siehst du keinen kathos nunu kevin das ist bladdybeer ist ja und der kann nicht pushen ist mega strong bladdybeer wird ja nicht mittel sein aber er countert halt die old strategie geht der damage nicht durch den pool sicher die gehen ja von krankheit zu krankheit oder banden ich bin brand und ich bin hypercarry jungler die app war kein brand junglern einfach unten wieder durch und zieht ich bin brand aber dein brand war halt wirklich jetzt wirklich brand haben ja na gut jeder kriegt eine zweite chance oder spielst du jetzt wieder was ne bitte kein jazoo ich hab hier so schön gespielt ich bin durch irgendwann was noch echt spotlight ist oder so oder so ein scheiß ich bin ordner so schön ich bin ordner so schön ich bin ordner so schön ich bin ich das ist so dumm jeder auf rollt mensch auf diesem ganzen planeten kann doch schön kannst du mal vielleicht wie ich die schlüpfe ich bin oder so kämen der kampen liefert jacks gespielt im game willst du vielleicht bahn mordekaiser bahn in jubel der der checks gespielt zumindest in dem game vielleicht das ist ja nicht so das nett ist der match ich kann breit auch mittelspielen also wir können auch flexen auf dem brand mitte würde ich mich sogar sehen ja brand teig ist halt ziemlich sick ne ja gut dann spielt der bot da bin ich frei hast du ihn auf brand du gott? ja mhm alter es ist fucking brand das ist jetzt kein komplexer tip bei mordekaiser hast du es auch gesagt den hast du in spay durchgelesen wow das ist aber die übertragung du hast ihn wirklich durchgelesen ja aber im detail wollen wir für galio gehen? der lief doch sah nicht galio kamil kann man spielen galio? wo? können wir machen ist nicht so bad hier gegen sarah vladimir das stimmt ich werde wahrscheinlich trotzdem eher damage galio spielen ich bin grad deutlich stärker ja ja sowieso ach komm das ist doch komplett aid naja soviel noch gab's da ja auch schon w�� willst du noch brand spielen? sonst schön asriel also ich würde hier asriel spielen ja mach doch willst du brandd jungle? ja du scheiße also jetzt es will ja viel mehr sehen ist unmöglich das ist schon echt nicht so ein leckeres team wie die teamfights laufen desto schlimmer wird aufs maul was soll ich so richtig glücklich ich weiß gar nicht was ihr habt das wird völlig fein ihr kämmt einfach top lane in malphi tot nicht schade jetzt aber nicht nur pike winrate ich will kommen jetzt mal den stuhl so also die teamfights sind ja die engagieren wir verlieren nach jedem bewusstsein ist eigentlich möglich wenn wir das falsch spielen und wir werden zwei spielen höchstwahrscheinlich dass ihr euch gegen dieser tod so das heißt wir müssen wenn wir nicht so wollen dass ich entweder den fügel habe nicht bei diesem schade sondern einfach den quasi rein pushen kann und warum kann in die mitte und ja so ist es ja mit oder sogar botlenke bieten kann oder wie ich bin das komplett anders wir gehen also wir haben keine andere wahl als immer so schnell wie wirklich zu gruppen und einfach ins zu gehen wir können halt mit camille galio unterweiten guten englisch na also wenn die englisch ist ja aber ich meine wir haben wir haben keine galio so das kann schon böllern muss aber nicht kann das stimmt sagen wir haben wir haben wir haben zu machen ist oder wie konfident bist du in der inis gegen mailfeld zu uns schaffst du oder ja man schaut mal an wie close der mailfeld ist noch das schaffte wir schaffen sowieso aber ob ich noch gehofft ab werde oder nicht immerhin wir müssen noch etwas cheesiges machen ok 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 hier einfach ok wir gehen bush wir gehen bush wir gehen bush wir müssen es probieren sneaky sneaky schnell schnell stau geil ok kutsche first schauen wir ich habe auch weh eventuell wenn die uns aber wenn wir noch top gestartet wird deren blut warum machen jetzt natürlich gestatten ja wenn ihr da wird zwei topien gingen von level 1 mit den schießen mit der botline wieder aber der kann glänzt diesmal ja gut das schon jetzt schießen da muss mit e starten ja dann wurde mal die blüte ich wollte mal den blüten jetzt oder geht die ganze situation friedlich geklärt die starten wir jetzt werden wir doch groß dabei okay man meint die haben nicht gefüllt er hat das gestaltet was kein spaßig und spaßig komme nach kommen daher oder ja ich werde okay macht man blue das war das von den alter ich habe hier können wir hier können wir nicht mehr kommen der doch noch mal die stillung zu einem millimeter vor die torte ich kipp ihn rein und er ist tot jetzt kein flash mehr alles alles alkohol also weil ich bin heimt junger das freut mich doch du bist ja ich bin weiter rund um top laner wird jetzt bot lane gehen weil da keine soms dann kann auch wollen jetzt gehen wieder ja sowieso immer hier ist auch aus das ist schmeckt oder also wie sie sind planten wird so weit runter kommen oder nicht ja ich komme jetzt okay dann lassen wir uns ein bisschen wahrscheinlich nicht mehr dabei hätten wir trotzdem da ist hier brauchst du hier ist eh noch die krabbe hier ist schon raus dann mache ich noch dings hat wahrscheinlich in einem jungen auch geworden also was ihr habt da so ein botland jetzt gerade moment so easy ist ob das geht hier war jetzt geworden aber der ist gerade auch gelaufen kannst du vielleicht mitteln kommen ich kann mir vorstellen dass du mich bleiben will wir sind noch ein bot ansonsten an aber meint aber meint er macht doch nix ich will resetten das ist doch kein mensch aber ich mache jetzt mindgames mit denen die denken jetzt so jo ich bin gebäst ich gehe dann topside weil mein topside schon wieder ab ist aber ich gebe die einfach wieder runter ich denke ich kann ja auch die greift werden ja da ist ne oder die denken einfach gar nicht nach zwei sekunden und jetzt runter ich gehe jetzt haben gehen wir hier der kostet aber das ist kein fleisch mehr der war noch cool Wir können auspushen und kicken mit dem Backquad. Wir können ja auch dive'n. Der Pool ist auch cool da. Kein Flash. Oh, ab, ab. Können wir die noch abpushen? Ja. Wo ist Yasu? Der ist Base. Ich komme top mit einer Witch, Kevin. Schauen wir mal. Haben wir noch HFXP? Ah, da meinte ich gebased. Oh, Hammer oder sonst. Ich bin übertrieben gefiltert. Oh, und übertrieben tot. Ah, da meinte ich mich gestoppt. Ach Gott, ist das anstrengend. Lebe. Ah, mein Bett wird mir nicht mehr tusten. Jetzt hat der Kane Double Kill und ordentlich Decks. Oh Gott, ich will nicht mehr leben. Ey, was soll das denn heißen? Hast du das denn selber zu lernen? Hä, wirklich, wirklich deutlich lieber als Kadio Yasuo, Alter. Glaube ich denn nicht. Ne, ne, spiel's mal. Komm mal mit da. Ich komme auch mit da. Wobei, mit Yasuo ist das echt überlebbar, deswegen habe ich ihn nicht aufgepickt. Ja, stimmt, ne, ich kann Mami 2 lane. Nein, 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 komm. Oh mein Gott, ich bin gest... Jungs, ich liebe euch alle. Was? Da kommt der 4-Mann-Spot, Alter. Vor allem, weißt du, ich... Oh, der im Blue. Sonst soll ich die rum, ich sollt viel öfter rumheuen, Alter. Komm, wie schwer ich mich... Ich bin fein, ich bin fein. Ich bin fein. Er ist Yasuo diesmal. Schön da hinten überall Q. Ja, Yasuo ist halt der perfekte Pick für sowas. Ist halt wie Mundo. Du kannst nur nicht verlieren. Du musst halt nach unseren Stärken spielen. Playmaker sofort. Und der E-Ker muss halt irgendwie lieber reden. Ja, damit haben wir echt die meisten Wins wahrscheinlich. Aber okay, Jungs. Jetzt geht's mir deutlich besser. Ja, Problem. Ja, wir müssen jetzt mal wieder Flash haben. Ich hab auch echt TP. Shedded Cannon. Alter, war mein E, ne? Der war so geboostet, Alter. Nein, der hat kein Flash. Yo, den können wir sogar nochmal holen, Jungs. Gott ist Miss gerade, Gott ist Miss. Lecker Schmecker. In meinem Mund. Sarah ist Miss. Der Platz spielt Passive. Wahrscheinlich Reset ist. Yasuo hat jetzt durchgepusht. Oh, der ist hier. Yasuo will Topside move'n, aber der hat jetzt den Water entdeckt. Ich weiß nicht, ob der jetzt deswegen abbricht. Was hast du gesagt, Kutsche? Ich hab im River und im Pink-Bot gekriegt. Ich glaub ich, dass ich ein bisschen... Ah, ja, ich hab grad die Krabbe gemacht. Keine Spotzeit. Mist, mal fein, Mist, mal fein, Mist, mal fein. Okay. Kann schon bitte sein, oder? Ja, ja, ich geh safe. Ich geh mich auch mit dem Knock-Up nicht. Hier muss immer ein weiter vorkommen. Ich guck, Botwing know it. Komm ich, komm ich, komm. Ich will auch. Oh shit. Das wird nicht cool. Wir bleiben, wir bleiben. Wir bleiben, wir bleiben. Wir bleiben, wir bleiben, ne. Jetzt durch. Wir müssen den Tötchen gehen. Scheiße. Soll ich mitte gehen? Wer zoomen ist? Wer so sollte jetzt hier sein? Können bald level 6 werden, da müssen wir aufpassen. Ja, dann let's go. Okay. Okay. Oder? Wer so? Ja, okay, ich bin erst mal gerade. Auch den hier zu. Ja, 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 ja. Jane? Fuck. Ich hab mir zu. Nice. Den Kane, den Kane, helf mir. Komm, komm, komm. Gibt's dann? Er hat geblockt. Nice. Oh, aua. Da kam leider Vladimir. Und hat Tasten gedrückt. Kam ich nicht in Combo-Range Das war kein der Sad Shit, shit Das war teuer Dann hat leider jetzt auch Gefreezed Boah, der Kane ist Das wird jetzt spaßig mit dem Knock-Up Ja, aber vor allem, guck dir mal die Wave an, die sich hier gestaut hat Boah, du reset jetzt? Ich hol mal die Wave, vielleicht können wir den Tilt nehmen Boah, du könntest auch rollen, passt auf Oh mein Gott Ich weiß nicht, dass er den Knock-Up gemisst hat Boah, das ist ja schnell gewesen, was hat er denn geraucht, Alter? Boah, komm mal Boah, komm mal Boah, komm mal Boah, du bist zufrieden, Tom Ich hab mir auch nicht daran gedacht, dass der einfach vorbeugt Der Zoom move top Der Zoom move top Der Zoom move top Boah, das weg Boah, das weg Der Zoom müsste gleich top sein Scheiße, mein F***** F***** Okay, ich geh bitte Aber der ist hier, der macht die Cover Okay, nice, ich kriege noch eine Wave for free Ich kann top tp'n, wenn du willst Boah, ich move einfach, ich hab ja erst einen 20 Hold Nice Ich move Ich hätte das mal überleben können F***** Problem ist halt, wenn ich da reingehe, bin ich tot, so er kann mich halt 1-shutten Jo Oh, man Oh, und drückt der Q nicht bei dir im dritten Ja, drückt der Q nicht bei dir im dritten Ja, drückt der Q nicht bei dir im dritten Jetzt kann Wie war das Spiel, war der Lines poppen? Oh, also 2-2 Endlich Spiel da feindlich inzwischen Kann ich nicht einschätzen Ich muss mir vorstellen, dass wir uns da hinbekommen Das hat Vladimir, der guten Games Yesu hier, maybe? Ja, Komma Ich move Ah Komm nochmal Ah Schade Oh ja, die Botzeit wird wahrscheinlich nach oben move'n Dann krieg ich aber den Turret hier Kann er das in Black noch? Ja, ich würd aufpassen Ich heißen würde nicht Komm hier Und safe Ich bin Ripp, lauf, lauf, lauf Schade, er hat sich gut damit gemacht Ja, ich hab Ich hab nicht dran gedacht, dass sie hier hochmoven hat, obwohl ich's grad sogar noch gesagt hab Ich glaub wir hätten da gar nicht Nee, war irgendwie ein bisschen dumm, aber Es passiert, ich hab da auch nicht drüber nachgedacht Von daher war ich genauso Kannst du bitte durchpushen, Kutsche? Kannst du gegen den Vladimir gehen? Nein, 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 mach mach Ja, klar Kannst du ja Bleiben hier unten Okay 25 UL Kain ist wahrscheinlich noch irgendwo, ich hab 10 Sekunden UL Äh, 10 Sekunden TB Boah, der Kain ist jetzt so fett, holy Macaroni Ist der Kain oben gewesen? Ich kann mitlang gucken wegen UL Ja, 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 ja Ich bin unterwegs, aber ich bin noch relativ weit weg Ich bin jetzt hier mit UL range Wanderl? Ja, ich bin ready Nein, ich kann nicht warten Scheiße, ist da so close aus Oh, nice Aber ich bin nicht mehr da Tschüss Was machen wir, was machen wir? Wir könnten bitte versuchen zu holen Wanderl? So hat mich gecancelt Ist dass ich sicher wider Muss nie weg Der Erson wurde als save auf mich rauchen Ich glaube ich kann mal für UL What wird das denn gehittet? Ich könnte den Kain Die hat den knock-up gehittet No, UL die GKain Ja, der ist zu fett, holy shit Huuch Habe ich den Zugrass disrespected? Ich dachte wir wären nur in der better position dafür. Aber ich fuhr heute schon, aber ich wusste gar nicht, dass sie danach was macht. Ich wollte die Krabbe eigentlich noch irgendwie kriegen. Ganz oft, dann gib ich sie weg. Können wir das spielen. Aber Middlet können wir eigentlich definitiv nicht. Aber Top-Wert halt, ne? Aber die war ja eh so, oder? Die buchen wir alle runter. Ja, die buchen wir alle runter. Ich bin nicht wirklich mit Mooney, kann einfach flippen. Fass, 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 fass. Können wir mit dem gleich wieder sehen. Können wir euch nicht selber gehen? Wollen wir mal. Wer ist auf Problem gerade? Und dann kommt Kay. Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther. Wollt ihr es jetzt nutzen? Frei Mitte. Er hat gehört habe ich immer noch mehr. Und die sind gut. Geht hier was? Ja. Moven? Na wie geht raus? Na du nicht? Na dieser Runde. Oh, die sind zu dritt und können irgendwas machen? Ja wir können. Sie hatten einfach zutritt laufen wir kriegen wir. Was hast du dafür? Nein, dafür kriegen wir Malfight. Okay, bot hier 2 treffen. Seiler, wo fährst du dir, Tim? Nein, 0. Wir machen 1-1. Seiler ist hier. Wir haben im Moment halt auch zu dritter auf Malfight. Oh, ich bin dick. Verwebst aber. Gar nicht. Wladimir ist mitte. Oh, ich bin dick. Nice, Tim. Aber ich mach halt nicht mal damage. Ich kann jetzt noch keine X-Winke bauen. Ja, du glaubst du es richtig an, du überlebst. Boah, auf jeden Fall. Ja, ich nach mal an mir. Auf jeden Fall. Das ist so wichtig. Ich bin ja bisher nicht einmal in dem Teamfeld von Lightning Workshop oder so, sondern so eine Situation, wenn er einfach 10 Sekunden lang auf mich rauf rennen kann und eine Tasse setzen. Hat geflasht. Ja. Ge-ghosted. Was sicher? War das nicht nur hier? Ich glaub das war das. Das war nur das Willbeiner. Ah, okay. Ja, stimmt. Hab ich das. Ich glaub ich das erste Mal bei Lightning. Ich hab noch nie jemand gesehen, den ich das kaufe. Standard. Boah, ich fang ja auch Lightning Skin. Jo. Wahrscheinlich liegt es da ran. Ja, stimmt. Was soll man machen hier? Ich würde einfach groomen und versuchen den aus Mario zu springen. Ich würde jetzt nicht sicher, dass wir Teamfeld aktuell nicht mehr ansonsten gewinnen werden. Aber ja. Alles andere gewinnen wir auch nicht. Ich würde einfach sagen, mit einer ganz schönen Cameo-Hit können wir was machen. Ich hab 10 Sekunden Typie, Kevin. Alter. Vladimir ist hier. Tatsache ich die Schneeke aus, Kevin. Vladimir move top. Oh, jetzt nicht mit Execute Range, Alter. Vladimir hinter euch bin dead. Oh, man. Typie top. Harald Mitte, Harald Mitte. Kann man das Mitte fighten? Hab an, du bist jetzt well. Jo, das sieht gut aus. Gib dir Backup an, okay? Okay. Ah, ich hätte Mitte gehen sollen, das wäre komplett Bonobo. Ach, Mann. Hast du was noch mit dir ab, ne? Ja. Ja, ich hab ab. 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 Ach, Mann. Hast du was noch mit dir ab? Ich hab ab. Ja. Ich hab ab. Ich hab auch 20 gehabt. Ah. Ja, ein bisschen. Ich getoppt. Wir sind in Richtung Nash gerade, die Sarah. Kane ist auch around. Ich habe wiederholt ab, kriegst du Ihren Worte. Wieso ist es auch wieder, es kann sein, dass der Base geht, um nicht zu felsen. Ich habe ruhig, da kann ich vielleicht mit dir was machen, ich bin jetzt in range. Der Wladimir ruht runter. Der Wladimir ruht zu, der ist schon da, glaube ich. Passt auf. Okay, ich gehe wieder top. Aber auf Pick und raus. Achtung an Lucky. Manfred ruft auch. Wow. Wir machen Chels noch weiter. Ich verstopp kurz, dann komm ich wieder. Wir können jetzt zu dem Kevin alle, wir haben keine Pressure. Ja. Jo. Irgendwann hat er da auch wieder ult wahrscheinlich. Kann ich den sogar nehmen? Ich habe gerade nichts ab. Ich gebe A's für einen Nup. What? Oh, nice. Scheißegal, der ist danach wieder full live. Ich komme für einen Nup. Wir können den defen, wir können den defen. Ich habe keinen Ulf vor da. Gott leiden. Ich bin 90 wiederholt. Die Wladimir Ulf sind so viel, so viel, so ein Tardes. What the fuck. Wir hören. Haben wir TP auf Kamel? Ja, aber... Könnt ihr die bisschen distracten einfach? Jo. Das ist meiner. Wir sollten nicht so schnell sein. Ne, keine Ahnung. Okay, das ist doch relativ slow. Könnt ihr da einfach rein? Ja, ich komme. Ist ja noch keine Ulti. 1.5. Komm ich, komm ich nochmal. 1.400. Warte. Komm ich, komm ich, komm ich. Wie fail ich sowas denn heute die ganze Zeit? Sieb, sieb. Ah, der hat keine Ulti. Der hat keine Ulti. Der hat keine Ulti. Schönes Ding, oder? Ich hätte nur warten müssen, bis der hat das Ulti ab. Aber die Wind Wall. Der kann Ulti, der kann Ulti. Jo. Ich hab die Wind Wall vergessen, Alter. Ich bin bereit geflasht und dann so gemerkt so, Jo, ich kann ja gar nicht Combo, weil... Das ist relativ tanky, muss ich sagen. Ich bin in 13 Sekunden wieder ab. Weißt du, weil wir wiederholt haben, aber dauert noch so zwei Sekunden. Ich hab von 15 wiederholt. Ah, war das behindert, das war meiner. Scheiße. Das hier passiert. Ich hätte auch noch einen Ticken länger warten sollen. Ja. Wenn ich dann mit dir zusammen reinflasche, hast du mir die wahrscheinlich so. Das Problem ist so, wenn ich von da flashe, pack der Jesu einfach hier die Wind Wall hin und... Nur 2 von der Wind Wall geblockt? Nein, nein. Natürlich nicht. Ich weiß gar nicht, mein Smile ging durch, aber irgendwie hab ich's nicht. War kein Flamer mehr. Ich glaub, der eine stand ja genau über Nash. Ich glaub, der ist den Smite. AB kann sein. Hätte ich auf jeden Fall haben müssen. 20 ist Infernal. Wollen wir da was machen? Und... Vielleicht... Vielleicht wenn Kevin jetzt... Jetzt moved und wir... ...planen. Ähm... Äh... Ich will mit dem Vladimir gehen? Ich schätze das Ganze. Ich schätze wieder rein, ich schätze wieder rein. Ich hab Buried. Den Pickholen. Okay. Ich geh noch Johnny. Ich geh noch Zyra. Okay. Wie tanky ist der denn? Jo, ist ein bisschen dumm. Alter, what the fuck? Alter, der nimmt nur da... What the fuck? Na gut, der steht natürlich auch 10-2. Oder jetzt 10-3. Euer Turmbot ist zerstört. Keine Ahnung, ja. Spür ich mit dem Kickkack heute. Toller! Mhhh... Mann, das macht schon wieder richtig Bock das Gang. Ich hab so... Wir haben einfach Orn-Botlane. Aber Orn macht überhaupt keinen Spaß. Ja, gut. Aber wird sie gewinnen oder Spaß haben? Naja, macht dir das Spaß gerade? Er hat 15 Minuten mehr Spaß gemacht als Orn, ja. Ich glaube, das ist so der Trade. Bei Orn-Trade ist du halt... Ich will jetzt nicht so weit zu gehen und sagen, wir würden das Game mit Orn gewinnen. Das hat dir auch keiner gesagt. Nee, so weit würde ich auch nicht gehen, ja. Aber da hast du vielleicht ein bisschen mehr Spaß, weil du nicht One-Shotted wirst. Nein. Ich hätte lieber gewonnen schon, als ich Tink spiele. Der Draha ist ab. Hat er hier hier? Ja, ich komme. Ich weiß gar nicht, weil ich mich gerade hier gekauft habe. Das war komplett Brain-Avca. Brain-Avca. Danke. Gerne. Ich habe hier kein gutes Gefühl, möchte ich sagen. Wir sind jetzt zu zäh. Ach, dem hat das. Siehste, habe ich doch gesagt. Wir gehen raus, alle. Ja. Wir gehen alle raus. Immerhin einen Kernel bekommen. Ich stehe hinterm Nash. Also ich habe jetzt He-Reduction für den Cain. Ich weiß nicht, ob wir das Game nochmal... ...vernehmen oder was zu präsentieren. Die haben aber keinen Nash mehr, ne. Ich glaube, die werden trotzdem versuchen zu enden. Woher? Haben wir euch? Wir haben alles gemisst. Jawohl. Ich kämpfe an. Egal. Nice. Ich komme. Ich habe einen Teleport. Ich kann zum Blue. Ja. 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 Er hat 1300 Tattoo gegeben, der in Wladimir. Ja. Ja. Kann auch zwei gewesen sein, ne? Der im Death Recap nicht. Der hat 600 AP mit zwei Adams. Liebe League of Legends. Liebe League of Legends. Ja. Ist noch alles offen hier. CC ist im Haus. Das läuft doch noch. Helms Club. Kann jemand bitte die Tauben aus meinem Kopf verscheuchen? Was? Ja. Ich denke auch noch mal. Alter, halt dein dummes Maul. Cringe. Das Spiel ist wieder eins. Oh Gott. Das wäre... Das wäre eigentlich creepy. Ja. Oh, kann ich da Topline ulten? Ah, ich habe keine ulten. Ich habe 56 Worts in dieses Game gefunden. Ich komme. Wir können move. Wir werden move. Klar können wir move. Wir werden move. Wir haben auch keine Base mehr, ne? Ja, kein Ding. Man muss doch mal auf ein Risiko eingehen. Was ist das? Da war der mit ganz neu. Da war kein Flash. Da war der mit ganz neu. Da war der jetzt. Jetzt geht es erst mal um die Worte. Jetzt Base verteidigen. Wird kein Problem. Easy, oder? Da kann man erkennen. Der ist ja quasi tot. Ja, irgendwie. Der Ulte dich nur einmal an und dann lebt der Willi. Wir haben kein Willi, oder? Go in my friend. Let's go, der Hase. Oder wie Apo red immer sagt. Ich bin tot. Oh, doch nicht. Ich gehe da richtig deep. Okay, Will Ball raus. Ich bin wohl raus. Ab da. Ich fleisch nochmal. Ich habe Zeit rausgeholt. Der Rest ist bei Sona. Ja. Nichts. Das wussten wir schon. Ah. So ein dummer Champion. Okay. Boah. Wir gehen jetzt zum 1st Pick und picken. Wir gehen jetzt zum 1st Pick und picken. Das ist so einfach nur Aids. Wir haben jetzt Blue Side. Wir gehen Blue Side. Ja, die hat nicht mal was gemacht in dem Spiel, Mann. Easy peasy. Und das ist einfach trotzdem Gigafat. Ja, klasse. Scheiße. Jaaaa. Ja.